herzlich willkommen zum dritten teil unserer isms add-on serie dieses mal geht es um die risikoeinschätzung die risikoeinschätzung ist die kernaufgabe eines iso 27001 konformen isms um mit dem isms add-on eine risikoeinschätzung für it assets oder services vorzunehmen müssen diese zunächst in a duit dokumentiert sein nach der installation des isms add-on ist jedem objekt in a duit der kategorie ordner isms zugeordnet wir bewegen uns jetzt mal zum raum rechenzentrum den wir hier angelegt haben und auch hier sehen wir dass wir die isms kategorie haben nicht jedes objekt gerät automatisch in die betrachtung hier kann ich definieren ob das hier bei diesem rechenzentrumsraum der fall ist oder nicht ich gebe hier mal ja ein des weiteren kann ich hier den anwendungsbereich festlegen ein anwendungsbereich bezeichnet einen abgeschlossenen logischen bereich für den ich jeweils risikomanagement betreibe ich kann hier aus den vorhandenen auswählen ich hatte ja schon datacenter und workspace definiert ich kann hier aber auch natürlich über die blätter weitere anwendungsbereiche hinzufügen wir nehmen hier mal datacenter das passt für das rechenzentrum glaube ich ganz gut und gehen auf speichern als nächstes würden wir normalerweise jetzt auch schon zur risikoeinschätzung kommen wir müssen aber noch eine anpassung machen dafür wechsle ich noch mal zu sms zu den schaden szenario hier hatten wir ja im zweiten teil schon einige szenarien angelegt hier müssen wir nur noch eine nummerierung dieser durchnehmen eine kennzeichnung wir sehen finanzielle auswirkung hat ja schon eins bekommen bei den anderen fehlt das noch auch hier gehe ich jetzt wieder auf alle auswählen und editieren und wähle hier die kategorie schaden szenario aus die nummern die ich hier vergebe legen die reihenfolge fest in der die einzelnen szenarien hinterher dann in der bewertung angezeigt werden hier gibt es keine generelle vorgabe aber man kann dadurch natürlich auch die reihenfolge beeinflussen durch speichern setze ich die entsprechenden werte und wir wechseln wieder zum raum und öffnen das rechenzentrum in der sms kategorie können wir jetzt in die risikoeinschätzung gehen und diese mit neu öffnen wir wollen uns das rechenzentrum heute mal in bezug auf den physischen zugriff anschauen das heißt zugriff kontrolle wie findet die stadt wir haben aktuell hier keine zugangskontrolle in dem sinne ist kein schloss die tür steht immer offen also fügen wir hier über die lupe und neues objekt erstellen und geben hier unbefugter zutritt zu schutzbedürftigen räumen an diese gefährdung wähle ich dann hier aus und sage übernehmen danach definieren wir natürlich auch noch die schwachstelle das wäre jetzt in diesem fall hier die unzureichende zutrittskontrolle und wählen die aus und gehen auf übernehmen als nächstes kommen wir zu den betroffenen schutzzielen das sind natürlich hier relativ viele wegen der konkreten gefahr dass wir einmal die vertraulichkeit der daten ist gefährdet da natürlich daten mitgenommen werden können die integrität der daten ist gefährdet weil daten manipuliert werden können und die verfügbarkeit der daten ist gefährdet weil daten gelöscht oder zerstört werden können also packen wir hier alle rein gehen auf alle auswählen und kommen dann zur bewertung des risikos in der ausgangslage der finanzielle schaden würde ich mal sagen ist hier sehr hoch wenn eine dieser zustände eintrifft die verstöße gegen gesetz und vorschriften würde ich auch als sehr hoch deklarieren die beeinträchtigung der persönlichen unversehrtheit ist jetzt hier erst mal gering weil da kommen zwar unternehmensdaten zu schaden aber erstmal keine person die aufgabenerfüllung ist gefährdet und die negative auswirkung schätze ich hier auch mal als sehr hoch ein als letztes können wir noch die eintrittswahrscheinlichkeit festlegen die tür des raums steht offen also würde ich mal sagen dass die wahrscheinlichkeit hoch ist dass da etwas passieren kann gut der nächste schritt wäre dann hier die risikobehandlung hier kann ich erstmal festlegen dass ich die auswahl von maßnahmen treffe und diese hier nochmal genauer spezifizieren wir haben ja eigentlich zwei die mir da direkt ins auge fallen einmal die physische zutrittssteuerung die ordentlich hierzu und dann nehmen wir noch sichern von büros räumen und einrichtungen dann kann ich das ganze hier wieder übernehmen und habe diese beiden maßnahmen hier zugeordnet und kann ja auch noch mal in der begründung genauer informationen dazu treffen des weiteren definiere ich auch noch wer für die umsetzung dieser maßnahme verantwortlich ist immer jeden adam riese das ist der hausmeister dass der entsprechend sich darum kümmert ich kann natürlich auch noch weitere definitionen jetzt hier für die umsetzung treffen also was kostet zum beispiel eine abschließbare tür oder so dass ich das hier noch mal mit definieren bis wann soll die umsetzung des ganzen erfolgen der umsetzung status selber natürlich ist jetzt noch um bearbeitet und ja wie dringlich ist diese umsetzung und hier können wir einfach mal sehr dringend hinterlegen und dann kommen wir im unteren bereich zur risikobewertung nach der behandlung das praktische hier ich kann die um eingebenden daten hier schon mal übernehmen das heißt die komplette einschätzung da ich nun aber eine abschließbare tür ab ist die wahrscheinlichkeit nicht mehr hoch sondern sie ist sehr gering der rest bleibt natürlich gleich sollte jemand diese tür aufbrechen dann gelten weiterhin die einschätzung die wir oben getroffen haben gut damit speichern wir das ganze und gehen wieder in die übersicht der risikoeinschätzung wir haben jetzt eine risikohöhe hier von 7 erreicht und das ganze steht hier auf rot und wir haben ein restrisiko bekommen von 5 das ist nach der aktuellen definition eine gelbe ampel gut springen wir noch mal in unserer sms abteilung hier in den gefährdungen hier haben wir nämlich auch noch einige optionen bei den gefährdungen bekommen wir springen hier noch mal zu der gefährdung die wir jetzt eben verwendet haben erstmal können wir jetzt sehen auch dass oder wo diese verwendet wird nämlich hier zum beispiel im rechenzentrum des weiteren können wir aber auch typische schwachstellen definieren wenn ich jetzt hier schwachstellen hinzufüge wie zum beispiel die unzureichende zutrittskontrolle und das ganze hier übernehmen wird diese automatisch verwendet wenn ich das ganze hier einem objekt zuordnen wir springen noch mal zu einem anderen raum ich nehme jetzt hier mal den copy room und gehe hier auf editieren und sobald ich auf die sms kategorie risikoeinschätzung gehe bekomme ich hier oben den knopf für gefährdungen wenn ich jetzt hier drauf gehe und die entsprechende gefährdung auswähle und auf übernehmen gehe würde ich nur diese zugewiesen sondern auch die gefährdung entsprechend ist hiermit hinterlegt somit sparen wir uns hier wieder auch ein wenig zeit gut kommen wir zu einer weiteren funktionalität wir können nämlich auch diese risikoeinschätzung über die objektgruppen machen ich erstelle hier einfach mal eine neue gruppe alle server habe jetzt auch hier wieder die sms kategorie zugewiesen und kann dann hier genauso vorgehen wie wir das auch eben gemacht haben nämlich hier wieder meine gefährdung entsprechend auswählen und die schwachstellen und so weiter definieren aber das ganze dann auf dem gruppen objekt und wenn wir zu einem von diesen objekten springen können wir in der sms risikoeinschätzungsgruppe sehen wo dieses objekt hier behandelt wird und von da aus natürlich auch wieder zu dieser gruppe springen um zu schauen also das ist wieder eine geschichte die in beide richtungen funktioniert und eigentlich sehr komfortabel ist wenn man jetzt nicht in jedes einzelne gerät gehen möchte und das dort umsetzen sondern hier über eine gruppe arbeiten möchte gut damit werden wir mit teil 3 unserer reihe zum sms add-on soweit durch und auch hier kann ich sie wieder gerne dazu einladen auch noch teil 4 sich anzuschauen dort geht es um das reporting und welche reports wir für sie entwickelt haben um sie perfekt bei ihrem bestreben sich richtung iso 27001 zu zertifizieren unterstützen können